trail running ist für mich einfach die pureste form der fortbewegung weil man einfach nichts braucht außer sich und seinen körper und das bedeutet freiheit für mich mich fasziniert an dem sport einfach dass man ständig seine grenzen verschieben kann und schauen kann was möglich ist und es ist wie eine große reise die nie zu ende geht und man immer wieder mehr über sich lernt gerade bei härteren einheiten oder wenn es mal ein bisschen taff wird am berg versuche ich mir bewusst zu machen dass das alles nur temporär ist gerade und dass ich viel mehr schaffen kann wie mein kopf in dem moment vielleicht gerade denkt ja 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 ja